Servus Leute, weiter geht's mit dem Spielen. Also viele haben mir in den Kommentaren geschrieben, rot, also viele und das weiß ich nicht, ob wir jetzt rot machen mit oder ohne Schrift. Zum Beispiel schwarze Schrift. Das entscheidet ihr jetzt noch mal. Ansonsten lassen wir es jetzt so wie es ist. Der, wo mir am meisten die Kommentare reingegeben hat und die Idee gegeben hat, dass man das rot macht, bekommt mir einen schönen Aufkleber. Also wie gesagt, der hier kommt jetzt Samstag weg zur Reparatur. Da kommt eine Irmischer Felgen drauf. Ich habe hier die Borbett A, 9x16, hinten 7,5 vorne. So, jetzt ist ein noch. Sollen wir noch Thematik-Spoiler drauf machen. Der ist ja schon rot. Aber ich zeige euch das mal jetzt, was wir heute gemacht haben. Einfach nur dumme Sachen, Spielerei. Man hat ja nichts zu tun, hier. So. Ist das jetzt besser? Gefällt es euch? Jetzt fällt doch der Nummernschnitt da unten nicht mehr so arg auf, oder? Ja, hier. Das ist jetzt euer Meinung. Lassen wir das so, oder nicht? Ja. Ich habe alles gemacht, was ihr gewünscht habt. Und, ja. Also, die Kommentare habe ich auch gelesen. Also, eure Autobahnfahrt kommt. Da nehme ich euch mit. Ich brauche nur noch mein Alter für das Auto. Er ist mir leider abgebrochen. Ja, jetzt wollte ich euch das mal zeigen, wie es jetzt so ausschaut. Ich brauche noch ein bisschen Einstellung. Ja, dass die linke Seite hier ein bisschen hoch muss. Ein bisschen halt viel. Aber das mache ich, wenn ich Lust habe. Ich habe wirklich jetzt nichts. Also, da muss man verliert werden. Und dann, ja. Ja. Sehen wir weiter. Ja. Ja. Muss ja, Ammonie muss sauber gemacht werden, alles. Aber das mit dem Aufkleber hier kommt gut an. Viele Freunde von mir sagen, oh, das sieht gut aus. Müsste ich auch. Ich habe schon viele Bestellungen angenommen. Jetzt aber noch nicht abschicken. Ich mache jetzt eine Sammelbestellung. Und, ja. Und, ja. Wenn das da einjenige noch den Aufkleber gewonnen hat, setzen wir uns über Instagram in Verbindung. Und dann ist die Sache erledigt. Aber ich muss sagen, vielen, vielen Dank für eure Kommentare. Ja. Hat sehr gut gefallen. War wunderbar. Weiter so Leute. Und ich gucke, dass wir immer wieder was zum Spielen finden. Wie so kleine Kinder. Und Männer spielen sie gern. Alle machen wir halt weiter, ne. So. Bei dem nächsten Video zeigen wir euch mit dem hier, was bei wem los war in der Werkstatt. Ich werde dabei sein mal. Da nehme ich auch was auf, was ein guter Wok soll. Selten. Ja. Echt selten. Also, nix. Hat wirklich nix. Ja. Also. So. Jetzt mache ich langsam Feierabend. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag morgen. Und schreibt meine Kommentare, wie ihr es möchtet, ne. Oder wie ihr es gefunden habt jetzt. Ob das jetzt besser ist, wie alles andere.